Wo ist Frau Jäger? Also eben war sie noch hier. Hat schon mal viel zu tun. Was könnte das sein? Weihnachtssterne ausschneiden? Ist erst ein bisschen später bei ihnen geworden, was? Götting. Ja. Danke, dass Sie anrufen. Der Silberne Alpha auf dem Parkplatz an der Schule. Schlüssel haben Sie. Mhm. Dankeschön. Ist was mit Ihrem Wagen? Inspektion. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020